Kinder, ich grüße euch. Ihr fragt euch jetzt bestimmt so, ey, wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Kann ich euch mal zeigen, ne? Ja, ich chill hier halt so, ne? Ich mach mal hier die Optikverschiebung, damit ihr seht, wie so ein typischer Tag bei mir aussieht. Nämlich genau so, ne? Alles am Start lunger ich dann den ganzen Tag einfach nur so rum. So richtig nice. So, wenn ihr euch jetzt fragt, alter, das hätte ich auch gern, was brauche ich denn dafür, was muss ich denn dafür machen? Hey, jetzt mal so ein typischer Tagvideo, wo ich euch zeige, was ihr dafür braucht. Erstmal braucht ihr für die gute Laune natürlich, hier so eine Musicbox, alter. Richtig nice Scheiße gibt's beim Teddy. Preis sage ich euch nicht, sonst klatscht euch die Ohren weg. Auf jeden Fall richtig nice Scheiße. Ja, dann braucht ihr hier so ein richtig geiles Sub. Da müsste ich vielleicht nochmal ein extra Video drüber machen, nur mein Sub so, weil das ist das mega geilste Ding überhaupt. Und jetzt nice Mucke müsst ihr immer am Start haben, ist ja wohl auch klar. So, was braucht ihr noch? Ah, Moment. Auf jeden Fall, ihr braucht diese krassen Barfußschuhe da vorne. Da, die Dinger sind auch immer am Start. So, wir werfen jetzt mal einen Blick hier in meinen übelst krassen Rucksack. Erstmal, das ist das übelst der krasse Rucksack überhaupt, weil das ist so ein 10 Euro günstig Ding vom Kaufland mit hier so Kühlfunktion und dem ganzen Rotz. Jetzt könnt ihr das sehen. Ja, scheiß drauf, alter. Was ist denn da so drin für so einen typischen Tag? Hier erstmal die fettesten, krassesten Masafati-Datteln aus dem Iran für 2,90 Euro. Richtig nice. Ne, ein bisschen Terrorismus unterstützen. Ha, ihr von, ihr habt doch voll einen an der Murme, alter. Fress Datteln, Leute. So, was haben wir da noch am Start? Ja, natürlich hier. Ey, das kann ich euch echt empfehlen. Fette Empfehlung von mir. Das Branik ist echt ziemlich lecker. Schöne 1,5 Liter Flasche für einen 9,90 Cent beim Thomas Philips. Thomas Philips ist der Rocker immer wieder. So, was haben wir noch mit? Ah, hier, muss ich euch auch nochmal zeigen. Voll geil, alter. Habe ich hier heute so eine Flaschenpost gefunden. Richtig nice. Ja, das ist echt immer mega mäßig, was man hier so noch findet. So, Moment. Ah, ja, wie könnt ihr es mal? Äh, scheiß drauf. Ja, hier ist dann so hier die kleine Drybag, wo alles so drin ist, was man braucht. Auch so, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So Schnüssel und all so ein Rott. Ist da noch was wichtiges jetzt hier drin? Ne, das war's dann erstmal. Trageburt nachher für Zap. So andere unwichtige Sachen noch. Ja, das habt ihr erstmal. Also das braucht ihr erstmal für so einen typischen Tag. Fresszahlen und Saufen und alles andere zum Zudröhnen halt. So, Moment. Äh, zieh die Scheiße mal wieder reingepackt hier. Ja, genau hier. Ah, wisst ihr was, Leute? Genießt mal kurz die Musik und ich packe euch mal irgendwo hier an der Seite oder... Ach, scheiß drauf, Alter. Ich quake euch einfach weiter zu. Moment, mein Bier. Ja, ich nehme erstmal einen Schluck, oder? Warte, jetzt zieht euch hier mal die Spule rein, ey. Yeah, man. Super nice. Ja, das Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so pralle. So, die Sonne verzieht sich gerade so ein bisschen. Aber so sieht halt ein typischer Tag bei mir aus, ne? Wenn so vorher das Wetter mitspielt, bin ich immer auf dem Sub hier auf dem Fluss unterwegs. Und was ist das denn jetzt für ein Gebruckel? Ja, Leute, ey. Ja, das ist richtig nice. Alles klar, Leute. Wisst ihr erstmal, wie so ein typischer Tag in Deutschland aussieht? Zumindest bei mir, wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Also, wenn es nicht mindestens genauso ein geiler Tag ist, kann ich euch auch nicht helfen. Dann macht ihr irgendwas falsch mit eurem Leben oder was auch immer so. Alles klar, Leute, bevor das Video hier jetzt wieder die 5 Minuten Monetarisierung, oder wie auch immer die Scheiße heißt, Marke erreicht, mache ich einen Cut und wünsche euch noch einen richtig nicen Day. Ja, für weitere Fragen, Paypal, Bliba, Blubs, kriecht mir in den Arsch, was auch immer, weckt mich. Bis demnächst.